Willkommen zurück zu A Haunted Christmas und genau als ich angefangen habe, irgendwas zu summen, hat sich die Melodie geändert. Denn eben war es dieses Lied. Und jetzt The Freezing Miner oder so. Oh, oh, das Level gefällt mir, weil es mich sicherlich aufregen wird. Ich ahne es, ich ahne es, aber ich finde es lustig. Ich werde es lustig finden. Und das nicht ohne. Geister! Ach, da kann man auch... Ey, du Buh, ich guck dich die ganze Zeit an, jetzt mal ehrlich. Kann man eigentlich Spinjumps auf die machen? Das interessiert mich gerade. Das interessiert mich, jetzt treffe ich ihn doch richtig. Aha. Nein, keine Fehler, ich behalte meine Blume. Vielen Dank. Oh, da sind Stacheln. Schön zu wissen. So. Springgebot. Botspring. Ey, warum willst du mit Spinjumps nicht wieder springen? Da muss ich ehrlich... Den hier benutzen, das funktioniert jetzt gerade auch nicht. Hä? Geht doch. Hä, was war eben kaputt? Hm. Ach, irgendwas. Und dieser nette Geselle. Hä? Nein. Oh, warum hab ich es jetzt auf einmal geschafft? Das ist doch genau derselbe Sprung. Oh, und warum spring ich da direkt rein? Tschüss. Pff, doch schon. Oh, hi. Oh, warum spring ich eigentlich? Ich bin so ein Vollidiot. So. Wir nähern die nächstbeste Lücke. Wieder eine dumme Feder. Nein, ich will meine Blume gerne behalten. Verdammt. Jetzt ist die Blume da oben. Egal. Wie komm ich hier jetzt am besten raus? Gressen wir es. Ich hab keinen Bock da runter. Äh, da wieder rauszukommen. Hier könnte ich theoretisch auch eine Lücke nehmen. Aber wir nehmen die beste Lücke, die es gibt. Und warum werde ich jetzt schon getroffen? Oh, hier muss man sich sogar festhalten. Ach, wir haben mich von früher kennen. Ich hab richtig Probleme, mich mit nach oben festzuhalten, weil... mein Gamepad halt ein bisschen spanisch spricht, wenn es um Knopfbedienung nach oben geht. Aber jetzt scheint es noch relativ gut zu funktionieren. Okay. Oh, ne, ist schon wieder so eine Sache. So, nein, Quatsch. 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 Laden. So. Warum geht's jetzt nicht? Hätte ich doch früher mal so geschafft gehabt. Und da waren das aber auch nur Manchas. Äh, äh, äh. Nur Manchas. Ja, ne, so. Komm, Bu, komm, Bu. Komm. Bleib stehen. Komm wieder. Bleib stehen. Genau. Noch eine Blume hätte ich nicht gern, aber... Gut. R? R? Rätsel, oder wat? Och, nö. Ich ahne es. Au. 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 Nein, schaff ich irgendwie nicht rechtzeitig dann wieder nach oben. Oh, Moment. Da ist doch bestimmt was drin. Wenn ich richtig treffen würde. Mann! Äh. Genau. Sollte er auch mal wieder zwischen-save-staten. Da ist was drin. Aber wieso will das nicht aufgehen? Oh, das wär's doch gewesen. Äh, genau. So. Boah, Lounen, verdammt. Hab ich auch noch. Hm, gute Frage. Ich bleib mal jetzt einfach hier stehen. Und das funktioniert nicht so. Ah, jetzt weiß ich. Ich glaube, wozu geht es laden? Immer. Vergiss immer nur zu laden. Ey. Ich wusste es. Und jetzt nur noch springen, verdammt. Nur noch mitspringen. Geht doch. So. Pff. Ach, bitte. Habe ich es halt geschafft. Aber nö. Muss noch ein B-Switch mitbringen. Wenn's weiter nichts ist. Mich interessiert echt, was da oben eigentlich drin ist. Nö. Ah, Gott. Komm. Nicht rutschen. So. Oh, ne, schon wieder so ne Sache. Jetzt muss ich schon wieder mit meinem Kinn spielen, weil ich nicht genügend Finger und Hände habe. Ja, das war Fail. Ach, Mann. Ja, das funktioniert, aber dann bin ich tot. Kommst du da mal anständig durch? Hallo? Dann ist der Block weg. Nee, das können wir so nicht machen. So. Tja, die einzige Lücke, die da ist und ich muss durchfallen. So. Einmal so. Komm schon. Ach, du meine Güte. Das kann schön was werden. Ich will doch jetzt einfach erstmal nur hier hin. So. Ey. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, lass mich ran. Jetzt muss ich mit dem Block da hoch. Moment, kann man das überhaupt? Äh. Genau. So. Auf öfters Safe-Stateen hören. Du weißt es doch. Ich rewinde trotzdem. Also, das einzige, was ich machen muss, ist lonen. Und save mir wieder. Hm. Oder beides. Geht doch. Also, theoretisch müsste man das kennen. Ja. Oh, verdammt. So. Danke. Und da war schon wieder eine Neuaufnahme. Ach, Service-Daten. Hey. So. Ich springe immer viel zu schnell wieder rüber gleich. So. Service-Daten. Warum bist du da eben nicht gesprungen? Bist irgendwie... Genau das wollte ich eigentlich machen, aber... Ich kann mir ja jetzt auch drücken. Und zack. Ich bin endlich geschafft. Es war kein Rätsel. Nein, immer noch nicht geschafft. Oh, ein Schlüssel. Oh, ein Schlüssel. Äh. Das wollte ich jetzt nicht nehmen. Wo zur Hölle soll ich jetzt hier einen Schlüssel bekommen? Hier sind überall irgendwie Invisible-Blöcke. Will mir das eine von eben sagen. Oder wie jetzt? Was werden wir mit dieser eine Invisible-Blöcke von eben sagen? Hey, guck mal. Hier sind... Ich hab'n Geist weggepackt. So von wegen... Ey, guck mal. Hier kannst du... Invisible-Blöcke... Such... 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 Und finde nicht. Na, was ist so klar. So. Ich check's nicht. Was müsse man machen? Okay, ich kann wieder zurück. Ah! Ich check. Das sollte man machen. So, you finally came here, Mario. For your precious presence. Ja, wir kommen wegen unseren verdammten Geschenken hierher. But if you want them, you'll have to fight me first. So, come in. Natürlich werden wir gegen dich kämpfen, aber erst mal... Nein, danke. Service-Tater. Oh. 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 Verdammt. Ich bin's immer noch nicht so gewöhnt. Auf Eis. Auf Eis, hab ich gesagt. Äh, nein. Ducken jetzt nur noch. Verdammt. Mario. Tust du, was ich sage? Danke. Mein Gott, so schwer. Anscheinend, ja. Oh, das wollte ich gar nicht machen. No. Pfff. Will ich... Nee. Also ehrlich, das mache ich... Warum rennst du nach links, wenn ich rechts gedrückt halte? So. Nein, jetzt müssen wir doch nur noch... Oh. Das packen wir. So. Noch einmal. Hi. Äh. Was haben wir da putt gemacht? Äh, ja. Nein, so weit wollte ich nicht zurück machen. Egal, scheiß mir drauf. Aber nicht auf den... Warum sprich ich auf einmal wü-? Das war klug. Das war auch klug. Äh, warum nennt's wieder? Cool, ich muss ihn anscheinend... Warum bin ich jetzt gestorben? Achso. Er hat lecker... Lecker, leckerli bekommen. Anscheinend muss ich ihn öfters als dreimal treffen. Ich muss mich gerade ein bisschen ankotzen, weil es leckt. Oh, da ist so ein Stachel. Egal. Komm her. Cool. So. Geschenke. Aber... Mario defeated the big boo and got back the presents for Peach. Finally they can enjoy the holiday in peace. Mario, äh, learn Mario's lesson. Don't let ghosts steal your Christmas presents. Vielleicht bin ich ja euer nächster Geist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich was von euch zu Weihnachten bekomme, obwohl es eure Geschenke sind. Heh heh heh. Natürlich nicht. Credits. A Haunted Christmas. Made by Team Haunted. Project Leaders. Hadron, Darkie, Rayman, Mann. Rayman, Mann, so logisch eigentlich. Clevety Designers. Hadron, Darkie, Anonimato, Imamelia. Musics. Spick Mike. World Peace. SNN, was auch immer das bedeuten soll. Slash Man. Jimmy. 5, 2 und 9, 0, 5. Kill und 7, 5, 7. Geile Namen. Graphics. Lunadrake. The U oder V oder was auch immer. Und Electron. ASM, was auch immer das heißen soll. RPG Hacker. Ersanio. Edit. 17, 54. Mann, du bist alt. SMK Dan. Oder wie auch immer. Mikey K. Dauros? Davros? Ich glaube, Dauros. Tools. Fusoya. Bew, Romy. Mikey K. SMK Dan wieder. Und Huflunk, du. Special thanks. SMB Central. Team Haunted Members. Fusoya. Und an mich. Oh, vielen Dank. Thank you for playing. Merry Christmas. Team Haunted. Ja, euch auch ein schönes Weihnachten. Auch wenn es noch hin ist. Wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal schöne Weihnachtszeit. Meins ist mit vorgehen und lernen. Verschluckt. Na ja, bis dann. Bis zum nächsten Rum Hack. Oder was kommt jetzt noch? Ja, nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.